Kümmerliche Vorstellung Was gibt's zu essen? Gemüse macht dich dünn und schlaff. So überlebst du keinen Schneesturm. Hier ist ein Schinken für dich. Die liegen hier schon ewig rum. Bei uns braucht die keiner. Nimm dir fünf Beernschinken aus der Hütte. Später vielleicht. Hast du sonst noch was? Warum sollte ich dir was geben? Ich bin am Verhungern. Hey, komm mal wieder runter. Ich mein das ernst. Ich hoffe, das Zeug ist nicht giftig. Was ist eigentlich mit Läster? Er wollte doch Verstärkung holen. Weißt du etwas darüber? Schlechte Neuigkeiten. Es gibt keine Verstärkung. Glaubst du echt, da kommt jetzt noch was? Ich meine, wer so dämlich ist, sich auf so einen Quatsch einzulassen, der hat's auch nicht besser verdient. Ich schenke Seele. Hab ich Angst. Ich Costa D impair. Ich bin weißt, ich bin normal. Ich gehren mir sicher, ich bin normal.